Hier soll jetzt ein weiterer Fakt für Sparger Phoenix sein, und da werde ich erstmal hier Baumaterial, erstmal, platziere ich Stein erstmal, obwohl Stein ist hier, ja. Ich platziere den 64er 6 dafür, in der, in Inventar, dann macht es mit Shift und Linksklick, und jetzt kommen wir ins Inventar rein. Und wenn ich jetzt drauf drücke, dann wird er mir direkt reingegeben. Keine Mods installiert. Hier ist ein Vanilla, es ist kein Mod installiert. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat, dieser Fakt. Ich zeige es nochmal mit Erde, oder? Was ist denn hier jetzt Erde, hier? Da ist Erde. Dass das auch mit Erde geht. Dass es dann bei Erde auch zum Beispiel geht. Ins Inventar. Jetzt drücke ich mal hier auf Erde. Dann wird mir die Erde aus dem Inventar rausgeholt. Und wenn ich das dann Stein mache, dann wird mir der Stein rausgeholt. Und das war der Fakt. Ich freue mich. Dann gehen wir, gleich. dann gehen wir, und dann gehen wir mal in der Zutaten. Dann gehen wir einij��니다. Dann gehen wir mal hier noch mal hier. Vielen Dank.